Auf der Suche nach Ihrem neuen Auto können Sie diesen BMW sicherlich nicht übergehen. Der Antrieb wird von einem Dieselmotor geleistet und einer Automatik. In diesem BMW verfügen Sie über eine Klimaautomatik und Zentralverriegelung. Wenn Sie möchten, können Sie eine Probefahrt mit diesem BMW machen. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017